2,8 Millionen Funkamateure weltweit, 85.000 Funkamateure in Deutschland. Knapp 50.000 von ihnen sind Mitglied im DARC, dem deutschen Amateur-Radio-Club. Der Grundgedanke ist natürlich der Funk, alles über die Funkschnittstelle zu übertragen. Nun haben sich daraus einige Spezialgebiete gebildet. Zum Beispiel gibt es eine Gruppe von Amateuren, die bauen Satelliten und lassen diese Satelliten ins Weltall schicken. Technik entwickeln, selber bauen, mit anderen ausprobieren und an Wettkämpfen teilnehmen. Der Funksport ist ein vielseitiges Hobby und der DARC bietet Informationen, eine starke Clubstruktur und Unterstützung in allen wichtigen Belangen. Man braucht natürlich einen starken Verein im Hintergrund. Ohne Verein geht das nicht. Und ohne DARC hätten wir die Rahmenbedingungen nicht für das Hobby. Es ist eine tolle Kameradschaft. Es ist jung und alt. Es sind sogar auch ein paar Mädchen, also nicht nur reiner Männerbetrieb, auch ein paar Mädchen dabei. Der Amateurfunk ist ein spannendes Hobby. Ob Jugendliche oder Erwachsene, wer Spaß an Technik und Interesse an Naturwissenschaften hat, findet sich in einer großen Gemeinschaft wieder und ist bei den Funkamateuren des DARC bestens aufgehoben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.